Willkommen, ihr Suchenden nach den verborgenen Wahrheiten im mysteriösen Zentrum. Heute begeben wir uns auf eine Reise in die unsichtbaren Gefilde, die direkt in unseren Häusern wohnen. Ist Ihnen in Ihrem eigenen Heiligtum schon einmal ein Schauer über den Rücken gelaufen, eine plötzliche Müdigkeit oder ein unerklärliches Leiden aufgetreten? Das könnten mehr als bloße Zufälle sein. Begleiten Sie uns, wenn wir die mystischen Zeichen und göttlichen Eingriffe aufdecken, die auf die Anwesenheit negativer Energien in unseren Wohnräumen hindeuten. Mit der Weisheit alter Texte und der Anleitung himmlischer Wächter werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Zuhause reinigen und die Harmonie in Ihrem Leben wiederherstellen können. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Wohnung in eine Bastion der Gesundheit und Positivität zu verwandeln. Lassen Sie uns die Geheimnisse der spirituellen Kämpfe lüften, die hinter den Schleiern unserer täglichen Existenz ausgetragen werden. Die Geheimnisse, die wir jetzt teilen werden, könnten Ihre Welt für immer verändern. Sind Sie bereit, die Schatten herauszufordern und das Licht zu umarmen? Bleiben Sie dran, wenn wir Sie durch diese heiligen Enthüllungen führen. In den verborgenen Ecken unserer Häuser, wo sich die Schatten versammeln, können sich mysteriöse Krankheiten manifestieren, die mit jedem Tag stärker werden. Was, wenn es sich dabei nicht um bloße Zufälle oder einfache medizinische Probleme handelt, sondern um Anzeichen einer tieferen, unheimlicheren Präsenz? Heute tauchen wir in die geheimnisvolle Welt ein und erforschen, wie unsichtbare negative Energien hinter diesen unerklärlichen Gesundheitsproblemen stecken könnten. Wir wenden uns an alte Schriften und mystische Lehren, um Weisheit zu erlangen. Biblische Texte bieten mehr als nur spirituelle Anleitung, sie geben auch Hinweise darauf, wie diese unsichtbaren Kräfte unser körperliches Wohlbefinden beeinflussen können. Von Versen, die von wachsamen Geistern sprechen, bis hin zu solchen, die vor umherstreifenden Dämonen bahnen, interpretieren wir diese heiligen Worte, um den Zusammenhang zwischen geistigem Unwohlsein und körperlichen Beschwerden zu verstehen. Doch keine Angst, denn wir sind in diesem gespenstischen Konflikt nicht machtlos. Das himmlische Reich bietet seinen Schutz durch die wohlwollenden Kräfte der Engelwesen an. Mit ihrem göttlichen Beistand lernen wir nicht nur, die Anzeichen negativer Energie zu erkennen, sondern auch, wie wir sie vertreiben können. Indem wir die Hilfe von Schutzengeln und Erzengeln wie Raphael, dem Heiler, in Anspruch nehmen, können wir unser Zuhause und unseren Körper reinigen und das Gleichgewicht und die Gesundheit wiederherstellen. Gemeinsam werden wir die mystischen Praktiken und Rituale entdecken, die unsere Lebensräume von Zonen der Bedrängnis in Heiligtümer der Harmonie und Gesundheit verwandeln können. Lasst uns die Heiligkeit unserer Häuser zurückgewinnen, die dunklen Energien vertreiben und eine Ära neuer Vitalität und des Friedens willkommen heißen. Im Bereich des Mystischen haben bestimmte Zahlen eine tiefe Bedeutung. Das Auftauchen von Zahlenfolgen wie 111, 333 oder der ominösen 666 in unserem täglichen Leben ist vielleicht nicht zufällig, sondern könnte eine unheilvolle Warnung des Universums selbst sein. Diese Zahlen, die oft an den gewöhnlichsten Orten auftauchen, könnten ein Zeichen für das Vorhandensein negativer Energien in unseren Häusern sein. Solche unsichtbaren und doch spürbaren Energien können unsere Gesundheit beeinflussen und unseren Frieden stören. Die Bibel, die sich auf alte Weisheiten beruft, bietet Einsichten, die durch die Jahrhunderte hindurch nachhallen, insbesondere in 1 Petrus 5 zu 8, wo sie zur Wachsamkeit gegenüber dunklen Kräften rät, seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Diese Schriftstelle veranschaulicht anschaulich die allgegenwärtige Gefahr durch geistliche Räuber, die wir unbewusst in unseren eigenen Häusern beherbergen könnten. In diesen Momenten unsichtbarer Gefahr bietet das himmlische Reich einen Beschützer in Form des Erzengels Raphael, der in verschiedenen Glaubensrichtungen für seine Heilkräfte bekannt ist. Wenn sich die Luft in unseren Häusern nicht nur durch Feuchtigkeit schwer anfühlt, wenn unser Geist nachlässt und unsere Vitalität schwindet, können wir Raphael um göttlichen Beistand anrufen. Die Anrufung dieses Erzengels kann zu einer Reinigung sowohl unserer physischen Räume als auch unserer körperlichen Tempel führen, das Gleichgewicht wiederherstellen und den Fluss der positiven Energie fördern. Zusammen bilden diese Elemente numerische Warnungen, biblische Mahnungen und engelhafte Unterstützung, eine Dreiergruppe mystischen Wissens, die uns befähigt, uns den unsichtbaren Störungen, die unser Leben stören, zu stellen und sie zu beheben. Indem wir diese spirituellen Zeichen verstehen und angehen, können wir uns schützen und Heiligtümer der Gesundheit und Harmonie schaffen. Während wir die unsichtbaren Energieströme in unseren Häusern erforschen, gibt es konkrete, praktische Schritte, die wir unternehmen können, um unsere persönlichen Heiligtümer zu reinigen und zu schützen. Die Reise beginnt mit dem Entrümpeln, einem einfachen, aber tiefgreifenden Akt der Beseitigung von Unordnung, der auch stagnierende Energien vertreibt. Indem wir unsere Räume entrümpeln, schaffen wir nicht nur physisch, sondern auch geistig Platz, so dass frische, lebendige Energie fließen kann. Die Schaffung eines heiligen Raums geht noch einen Schritt weiter und verwandelt einen Teil unseres Zuhauses in einen Zufluchtsort der Ruhe und positiven Energie. Dieser Raum wird zu einem Zentrum für Meditation, Reflexion und spirituelle Verbindung, abgeschirmt vom Chaos der äußeren Welt. Zu den am meisten verehrten Reinigungsritualen gehört das Verbrennen von Salbei, eine uralte Praxis, die dafür bekannt ist, dass sie Räume von negativen Energien reinigen und Schutz einladen kann. Bei diesem Ritual, das auf indigene Traditionen zurückgeht, wird Salbei verbrannt, um einen Rauch zu erzeugen, der alte Energien abtransportiert und alles reinigt, was er berührt. Die himmlische Obhut der Engel spielt bei dieser spirituellen Hygiene eine entscheidende Rolle. Psalm 91,11-12 bietet eine tiefe Verheißung göttlichen Schutzes. Denn er wird seinen Engeln über dich gebieten, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf ihren Händen werden sie dich tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Diese Schriftstelle unterstreicht die schützende Umarmung der Engel, die stets bereit sind, uns zu führen und vor Schaden zu bewahren. Zum Abschluss unserer Erkundungstour wollen wir uns in einem heiligen Moment der Anrufung vereinen. Ich lade sie nun ein, mit mir ein kraftvolles Gebet zu sprechen und den göttlichen Schutz der Erzengel Raphael und Michael anzurufen. Lasst uns gemeinsam um ihre Führung und ihr reinigendes Licht bitten. Hier ist unser Gebet. O Erzengel Raphael und Michael, Hüter des göttlichen Lichts, höre unser demütiges Flehen. Wir rufen eure mächtige Kraft und grenzenlose Barmherzigkeit an, um uns und unsere heiligen Räume in euren reinigenden Glanz einzuhüllen. Wenn wir an der Schwelle unserer Häuser stehen, bitten wir dich um deinen himmlischen Schild, der uns vor den dunklen Energien schützt, die in unsichtbaren Ecken lauern. Mit deinen flammenden Schwertern und heilenden Händen reinigst du unsere Wohnungen von aller Negativität und erfüllst sie mit Gesundheit, Harmonie und göttlicher Ruhe. Lass dein Licht jeden Schatten durchdringen und vertreibe die Störungen, die unseren Frieden und unser Wohlbefinden bedrohen. Wir verpflichten uns, die Heiligkeit unserer Häuser aufrecht zu erhalten, wachsame Hüter geistiger Stärke zu sein und mutig auf dem Pfad des Lichts zu wandeln, den du uns vorgibst. Beschütze uns, oh mächtige Erzengel, während wir uns bemühen, die Reinheit und den Mut zu verkörpern, die du uns schenkst. In deinen heiligen Namen beten wir, gestärkt durch deine Gegenwart und bevollmächtigt durch deinen göttlichen Beistand. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!